Aber vor allem die Running Backs war halt ein sehr interessanter Draft 2015. Du hast dort Gordon und Gurley an 10 und 15. Dann hast du TJ Yeldon an 36. Amir Abdullah an 54. Tevin Coleman an 73. David Johnson, Pro Bowler inzwischen, an 86. Und Jay Ajayi an 149 als Pro Bowler. Wenn du dir das so anschaust, waren Todd Gurley und Melvin Gordon in diesem Draft überhaupt diese hohen Picks wert? Sie haben es auf jeden Fall bewiesen, dass sie es wert sind. Es hat sich gelohnt, meiner Meinung nach. Gurley gilt als bester Running Back Prospect seit Adrian Peterson. Und in seinem Rookie-Jahr 10 Touchdowns und über 1000 Yards geholt. Und ein Average Carry von 4,8 hingelegt. Das sind große Zahlen, die es halt beweisen, dass er auf jeden Fall dazu gehört zu den Großen. Und Gordon hatte in seinem Rookie-Jahr Probleme, hatte aber dann im zweiten Jahr hat er sich dann gefangen in der NFL. Und im letzten Jahr 10 Touchdowns und 3 Yards unter 1000. Aber das auch nur mit 13 Spielen, muss man wissen. klar kannst du später treffen mit einem Johnson oder einem Ajayi, aber du kannst halt auch total daneben liegen bei so einer Class. David Cobb zum Beispiel oder ich als Best-Fan Jeremy Langford kann es auch einfach daneben greifen. Deswegen würde ich sagen, dass Gurley und Gordon halt die sichere Wahl war und sich das auch schon ausgezahlt hat. Im Vorfeld des Drafts war ich ja schon ein großer Fan von Todd Gurley, bin ich immer noch. Beweist ja auch mein Fantasy-Team. Auch Melvin Gordon habe ich im ersten Jahr gedraftet. Stimmt, ja. Sehr früh. Da war ja Todd Gurley schon von Bord, den habe ich mir dann durch einen Trade gesichert. Da hatte ich dann beide, Gordon und Gurley und war dann von Gordon sehr enttäuscht. Von Gurley jetzt im letzten Jahr enttäuscht. Man kann natürlich sagen, es ist richtig, sich so früh einen Running Back zu holen, weil dann hast du die Position safe und ich glaube auch, dass Gordon und Gurley in den nächsten Jahren noch ordentlich sich auszahlen werden für die Teams. Aber jetzt rückblickend bei so einer tiefen Running Back-Klasse einen 10. und 15. Pick abzugeben, ist schon irgendwie hart. Ich meine, die Miami Dolphins haben mit dem 149. Pick noch Magic J. Agile gekriegt und David Johnson für viele inzwischen der beste Running Back im Football geht weg mit dem 86. Pick. Also Gratulation an die Miami Dolphins und vor allem an die Cardinals, die sich da David Johnson haben sichern können. Thomas Wards zum Beispiel ein anderer Running Back undrafted und inzwischen Starter bei den Seattle Seahawks und hat sich auch schon ausgezahlt. Also in dieser Running Back-Klasse hätte man sich vielleicht den 10. oder 15. Pick sparen können und später auch noch auf viel, viel Glück treffen können. Und das ist den 10. den 10.